Warte mal kurz, bitte. Heiko, ich würde aber gerne von dir, ich merke, Ramona ist echt in Fahrt und erstaunlich, weil ihr seid gar nicht mehr zusammen, aber sie fightet für dich offensichtlich, als wäre... Weil ich das nicht hasse, dass wir nicht Kontakt haben. Warte mal. Dann frage mich, wer hier überhaupt der Vater ist. Bist du da? Oder er? Äh, komm mal auf, Alter, bist du da, Säure? Du, wobei du jetzt... Heiko! Also nur weil du so gut fände, Alter. Ja, ich kann froh sein, dass die Leute hier stehen, Alter. Ja, das ist nicht so. 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 Das können wir gleich sagen. Heiko, du bleibst bitte auf deiner Seite jetzt.